Habt ihr Bock? Ja, ich hab wohl Bock. Franziska hat Bock auf Dorfleben. Mit einem kompletten Bauernhof ist sie wieder in ihr Heimatdorf gezogen. Im Gepäck auch ihr Lebensgefährte Gregor und viele Ideen. Die beiden wollen mehr als nur Landwirtschaft und Geld verdienen. Im nordhessischen Gilsa ist viel Platz, aber es ist wenig los. Der Ort erfordert mehr Menschen als uns beide. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir beide brauchen den großen Saal als Wohnzimmer. Wir brauchen auch nicht einen 3000 Quadratmeter großen Garten. Wir haben hier ein riesiges Gelände mitten im Dorf, was wir halt einfach gerne lebendig gestalten wollen. Ist das zu schaffen, neben dem Alltag als Landwirte? Gregor, gehst du mal in die Gemüsepfanne? Wir könnten diese Zeit auch damit verbringen, uns ins Bett zu legen und einen Film zu gucken. Aber dadurch haben wir ja nichts gewonnen. Ich finde es halt auf jeden Fall total schön, einfach mit Menschen zusammen zu kommen und einfach auch mal was anderes zu erleben. Und da investiere ich halt einfach gerne meine Zeit rein. Und sie versuchen damit, neue Bewohner wie Mona ins Dorf zu locken. Mich fasziniert erstmal die Offenheit, dass ich so willkommen war. Und auch die Sachen, die ich mitbringe, die Tiere waren willkommen, das Handwerk. Für das richtige Ankommen gibt es aber noch eine Menge Hürden in dem 300-Seelen-Ort. Es geht ja immer um die Frage, wo sind die Kühe, wo ist der Stall für die Tiere und wo bringt man seinen ganzen Krempel, der hier vorher drin war, halt unter. Und das ist halt nicht so einfach, wenn man so viele Krempel hat und so viele Tiere hat. Egal ob betrieblich oder privat, es ist jetzt nicht so, dass alle Hurra schreien und alle sagen, boah, die Dörrs, was die da machen, das ist ja ganz großartig. Also es ist ja eine völlig bekloppte Idee mal wieder, mit den Gänsen durchs Dorf zu marschieren und mit denen baden zu gehen. Aber ich finde, man wird ja belohnt für den Aufwand. Und ich finde hier so ein bisschen Kürtelchen aufzufegen ist jetzt auch kein Drahtner. Und es ist auch ein wichtiges Ritual, wenn man dadurch ja wieder ins Gespräch kommt. Aber das waren acht Teige, also das ist eigentlich so der Standard. Ich hoffe, das reicht. Silke ist gerade bei Backware Nummer 479 oder so. Ne, ich weiß es nicht genau. Seit fünf Uhr steht Franziska Dörr an diesem Sonntagmorgen in der Küche und backt Brötchen. 700 Stück werden es heute ungefähr. Eine Menge, die die 31-Jährige allein nicht mehr bewältigen kann. Angefangen hat sie vor fünf Jahren mit einer Schüssel selbstgebackener Brötchen, die sie im Landcafé ihrer Eltern anbot. Mittlerweile hat Franziska das Café übernommen. Die Brötchen füllen nun eine ganze Theke. Also es ist hier noch nicht acht Uhr. Ja, die Tür ist trotzdem schon offen. Es kommt auch schon immer drei. Ja, mehrere. Gleich werden sich Schlangen entwickeln. Vielleicht. Dabei war die Entwicklung der kleinen Bäckerei eigentlich so gar nicht geplant. Mit Haferflocken. Das ist ja auch irgendwie ohne große Werbung entstanden. Sondern das hat sich einfach rein durch Mund-zu-Mund-Propaganda entwickelt mit dem Brötchen. Und am Anfang kam halt mein Freundes- und Bekanntenkreis, um mich irgendwie zu unterstützen. Und keine Ahnung, dann kamen viele Leute, um es mal auszuprobieren. Manche sind da geblieben, andere nicht. Natürlich haben wir auch, glaube ich, die Qualität gesteigert. Neulich hat mir auch mal jemand gesagt, die Brötchen sind ja auch im Längen besser geworden. Also ich wusste ja gar nicht, dass es hier so gute Brötchen gibt. Als ich das letzte Mal da war, vor fünf Jahren wahrscheinlich, da war das ja noch eher schwierig. Die Brötchen verkauft eine alte Schulfreundin von Franziska. So, was darf es sein? Jeden Sonntag steht Henrike hier hinter der Theke, weil sie begeistert ist vom Angebot ihrer Freundin. Dafür steht sie früh auf und kommt aus der Nachbargemeinde nach Gilsa. Meine Mutter erzählt heute noch, dass sie dich so nett fand. Ja, soll ich auch heute noch mal grüßen, hat sie gesagt. Menschen kommen auf einen zu sagen, ach, dich kenne ich doch, da warst du noch ein kleines Kind. Und wie geht es dir denn? Und das ist irgendwie das, was mir richtig Spaß macht. Der Austausch und natürlich die Arbeit auch dahinter. Und Franzi zu unterstützen. Ja, unsere Freundschaft, die hat nochmal so eine ganz andere Bedeutung bekommen dadurch. Und jetzt kommen die nächsten Stammkunden. Fünf ohne alles. Genau. Stammkunden und Schlange stehen, an all das war vor ein paar Jahren noch nicht zu denken. Ich glaube, am Anfang sind viele erst mal kritisch und gucken so, was machen die da eigentlich? Und klar ist dieses Öko dann vielleicht für manchen auch eine Hemmschwelle. Zu sagen, boah, ist mir eh zu teuer und ich brauche das ja gar nicht und was soll das eigentlich? Für uns steht das aber gar nicht unbedingt im Mittelpunkt. Die Leute, die hierher kommen, kommen teilweise, weil es Öko ist. Aber ich glaube, die meisten kommen halt eher, weil es einfach gut schmeckt. Und ich glaube, darum geht es halt einfach. Und um das Persönliche. Also ich finde es total nett, hierher zu kommen und irgendwie so eine fröhliche Henrike oder Anja hinter der Brötchentheke zu treffen. Neben den Brötchen bieten Franziska und Gregor auch ein Frühstück an. Ursprünglich einmal im Monat, mittlerweile jeden Sonntag. Auch hier wächst die Nachfrage. Heute sind sie ausgebucht. Dass es quasi einen Ort gibt, wo man Sonntagmorgens hin kann, wo sonst alles zu ist, das ist besonders. Dass es einen Ort gibt, wo man ein Brötchen holen kann, Sonntagmorgens ist besonders. Weil, ne, also vielleicht in der Stadt ist es normaler, aber hier ist es nicht selbstverständlich, dass es das gibt. Und die Atmosphäre ist schön. Und die Leute sind nett. Es belebt das Dorf doch ungemein. Und es gibt manchmal auch immer noch welche, die zweifeln oder das nicht so toll finden. Aber ich finde, das bringt das Leben hier im Dorf nochmal ganz gewaltig vorwärts. Nach dem Frühstück kümmert sich Franziska um die selbstgebackenen Torten für das Nachmittagsgeschäft. Statt sonntäglicher Entspannung Großkampftag. So ist der Sonntag halt ein sehr heftiger Tag, weil es halt von morgens bis abends geht und ja dann auch dementsprechend viele Leute hier herkommen. Genau, aber das ist eben ganz gut. Sonntags ist halt einfach der Ausflugstag. Da erreicht man halt alle, egal ob berufstätig oder nicht. Langfristig will Franziska die Arbeit im Café in Schichten aufteilen, damit jeder an diesem langen Tag mal Pause machen kann. Ihr Vater Lothar hilft immer noch gerne mit und mag den Kundenkontakt. Seine Passion? Das gemeinsame Singen mit den Kaffeebesuchern. Die Lärche schwingt sich in die Luft, das Täublein fläugt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Solange der alte Chef noch mitmischt, treffen durchaus auch unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Klar ecken wir aneinander, aber das ist halt immer so und am Ende reißen sich aber immer alle zusammen und dann trägt man halt mal so einen Konflikt aus. Und mal dauert das fünf Minuten, mal ist es auch mal zwei Tage schwierig. Aber im Endeffekt wissen ja alle, also wissen einfach alle, dass sie das gemeinsame Ziel haben. Ist wie beim Wetter, nach Gewitter muss Sonnenschein folgen. Oder folgt Sonnenschein. Der Besucherstrom reißt am Sonntagnachmittag nicht ab. Auch viele Gäste von auswärts zieht es bei dem schönen Wetter in die Dorfmitte von Gilsa. Mona ist sogar länger geblieben als nur auf eine Tasse Kaffee. Sie hatte die ersten beiden Dokus über Franziska gesehen und wollte in diesem Dorf in Gilsa gern leben. Die 63-Jährige ist mit ihrer Hündin direkt neben das Café gezogen, in die alte Wohnung von Franziskas Opa und unterstützt die Projekte zur Dorfentwicklung von Franziska und Gregor. Wir können halt nicht einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Direktvermarktung organisieren und zusätzlich dann noch jedes Wochenende hier irgendwie eine krasse Veranstaltung machen und organisieren und betreuen. Also das schaffen wir einfach nicht und deshalb suchen wir uns halt Leute, die auch Bock auf sowas haben, also auch selbstständig ihre Sachen hier umzusetzen und damit den Ort zu gestalten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir beide brauchen den großen Saal als Wohnzimmer. Wir haben hier ein riesiges Gelände mitten im Dorf, was wir halt einfach gerne lebendig gestalten wollen, ohne dass es allen auf den Keks geht und ohne, dass es halt uns zu viel wird. Nicht alle im Dorf schauen positiv auf das bunte Treiben auf dem Hof. Viele sind noch skeptisch. Das weiß auch Mona. Die Töpferin arbeitet in einer Werkstatt in Kassel für Menschen mit Behinderung. Hier im Dorf möchte sie langfristig Töpferkurse und Wollworkshops anbieten. Also wenn ich ehrlich bin, ist das größte Gefühl die Hoffnung, aber natürlich ist es auch ein Abenteuer. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ich bin jetzt eine Woche hier und habe das Gefühl, das kann richtig gut werden. Es könnte wirklich mein Zuhause werden. Ich habe das so erlebt an den Ortschaften, wo ich gewohnt habe, dass sich das ein Dorf eher anfühlt wie ein Vorort von einer Stadt. Und ich wünsche mir wirklich ein Dorfleben mit Tieren, wo Gemüse angebaut wird, wo man noch einen Garten hat, wo die Kinder noch die Schweine kennen und die Kühe und die Schafe und wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Das ist mir persönlich sehr wichtig, an so einem Ort zu sein. Bei Franziska und Gregor auf dem Hof hat sie all das gefunden. Vor allem Platz. Denn Mona ist nicht allein. Mit ihr sind vier Ponys und eine ganze Ziegenherde nach Gilsa gezogen. Bei Franziska und Gregor kommen erstmal alle unter. Erstmal. Denn auf Dauer muss Mona ein eigenes Zuhause für sich und ihre Tiere finden. Wir sind ja definitiv keine Hofgemeinschaft. Wir sind jetzt nicht fürs Entertainment zuständig und wir sind auch nicht irgendwie für die Lebensplanung anderer Menschen zuständig. Aber wir können halt Raum schaffen und wir können halt das geben, was uns hier ja auch gegeben wurde in irgendeiner Form. Freiraum, ankommen können und halt dann gucken, was geht. In Gilsa gehen Dinge schnell. So hat sich auch Gregors Traum von einem Chor erfüllt. Jeden Donnerstagabend ist Probe im Landcafé. Wir haben immer wieder davon gesprochen, dass wir alle auch mal zusammen Musik machen wollen. Auf welche Art und Weise wussten wir doch nicht. Und dann haben wir das Stichwort mit dem Chor und dass wir eine Chorleitung brauchen. Und dann war die dann auch schnell gefunden. Durch wiederum Bekanntschaften und Stammtischgesellen am Sonntagstisch. Und ja, dann fügte sich eins zum anderen und man hat schnell gemerkt, dass es noch ganz viele andere gibt, die uns gerne da begleiten wollen und das ganze Bund gestalten möchten. Die bunte Truppe nennt sich Gilsa Krähen und will beim diesjährigen Hoffest von Franziska und Gregor das erste Mal auftreten. Komm, 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 komm. Die Gilsa Gänse haben heute Wandertag. Komm, 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 komm. Gemeinsam mit Franziska und Gregor geht es durchs Dorf zum Baden. Komm, 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 komm. Die 200 Tiere durch den Ort und in das Wasser zu manövrieren ist gar nicht so leicht. Aber der Badespaß danach umso größer. Für die Tiere und für Franziska und Gregor. Meine Stiefel werden auch sauber. Es ist halt schon toll, die zu sehen, wie sie hier ihr wesensgemäßes Verhalten ausleben. Und ja, das denen bieten zu können, ist schon cool. An anderen Tagen kommen auch Menschen, aber wir machen das ja jetzt heute, dieses Jahr ist zum zweiten Mal. Letztes Jahr gab es dann schon auf beiden Brücken Publikum. So, auch die letzten Badegäste verlassen die Freibadanstalt in Gilsa. Komm, das Schwimmbad macht jetzt zu, ist Winterpause. Und im sprichwörtlichen Gänsemarsch geht es zurück zum Hof. Damit der Badeausflug eine saubere Sache bleibt, ziehen Franziska und Gregor mit Schaufel und Besen los. Denn die Gänse haben müffelnde Spuren hinterlassen. Wir fegen die Straße, weil es ja schon in einer Gesellschaft drauf ankommt, dass man sich an die Regeln hält, die ungeschriebenen Gesetze hält. Also ich möchte auch nicht in Gänseköttel. Ich möchte auch nicht in so Gänsekacke treten. Wir sind für eine köttelfreie Nachbarschaft. Also es gibt viele, mit denen wir uns auch unterhalten können. Und es gibt einen geringen Anteil, der uns doof findet. Aber das ist wie in einer guten Schulklasse. Mit einem Teil der Klasse kann man, mit einem anderen Teil nicht. Es ist halt, wie es überall ist. Ist in Berlin so, ist in Köln so. Hast du das schon mal gewohnt? Da streitet man vielleicht nicht über Gänsekacke, aber vielleicht über was anderes. Die Tiere mitten im Dorf sind nach wie vor ein Konfliktpunkt. Einige Nachbarn waren nicht begeistert, als vor zwei Jahren mit Franziska und Gregor der ganze Bauernhof in der Dorfmitte einzog. Die beiden mussten damals ihren Hof in Nordrhein-Westfalen verlassen, weil der Pachtvertrag auslief. In Gilsa konnten sie den alten Hof von Franziskas Eltern übernehmen und dazu noch Flächen mieten und pachten. Alles recht spontan und noch nicht ganz ausgereift. Jetzt leben fünf Sauen mit ihren Ferkeln und 20 Mastschweine mitten im Dorf. Für viele ein schöner Anblick, für einige zu viel Gestank. Ich glaube einfach, dass Tierhaltung im Ort mittlerweile immer irgendwie zum Problem wird, weil das einfach nicht mehr gang und gäbe ist. Und weil man da auch irgendwie Rücksicht nehmen muss, dass sich da keiner der Nachbarn gestört fühlt. Und genau, es ist immer noch so, dass es nicht unser Ziel ist, das hier jetzt dauerhaft zu betreiben, auch weil die Gebäudesubstanz das nicht hergibt. Auch die Rinder brauchen einen neuen Stall außerhalb vom Dorf. Gregor sucht deshalb immer noch nach Höfen und Kuhställen in erreichbarer Entfernung. Es geht ja immer um die Frage, wo sind die Kühe, wo ist der Stall für die Tiere und wo bringt man seinen ganzen Krempel, der hier vorher drin war, halt unter. Und das ist halt nicht so einfach, wenn man so viel Krempel hat und so viele Tiere hat. Und die Gebäude halt alle nicht mehr konform sind für die Ökohaltung. Okay, es gab vor 30 Jahren mal eine Baugenehmigung für einen Kuhstall. Gucken wir uns den Standort an. Fanden den überhaupt nicht toll, weil es ein gutes Ackerland ist, weil es kein Pfizelich in Grünland in der Nähe gibt. Das heißt, man hätte Ackerland zu Grünland machen müssen, keine Option. Sie suchen weiter. Franziska und Gregor selbst leben im alten Gasthaus in der Dorfmitte. Das haben sie gemietet und den ehemaligen Gastraum zu ihrer Küche umgebaut. Viel Platz ist ihnen wichtig. Wenn die ganze Familie und alle Mitarbeiter mitessen, werden es schon mal zehn Menschen am Tisch. Heute ist es ruhiger. Was ist eigentlich mit dir passiert? Ich soll probieren. Du staubst. Der Umbau, eine never-ending-Story. Denn noch funktioniert nicht alles. Immerhin der Ofen. Den Gasherd und das Waschbecken können sie noch nicht benutzen. Aber gemütlich ist es und besonders. So wie Franziska und Gregor. Man nehme das, was man hat, ergänze es durch kleine Details und am Ende ist es einigermaßen okay. Also elementare Bestandteile dieser Küche wie das Bücherregal sind schon vollumfänglich fertiggestellt. Aber das Waschbecken noch nicht. Nicht so elementare Bestandteile wie das Waschbecken und der Herd sind noch nicht fertiggestellt. Und macht uns das jetzt glücklich und zufrieden? Wir arbeiten ja immer noch daran. Das ist ja das Problem. Aber ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist. Es ist kein Problem. Sondern wir sind ja glücklich damit. Ja. Über unser Zuhause. Und es wird immer mehr unser Zuhause, desto fertiger es wird. Aber es wird nie ganz fertig. Aber trotzdem ist es ja unser Zuhause. Wir haben ein Zuhause. Wir haben ein Zuhause. Das ist neu, ja. Und die Küche als... Der zentrale Ort des Hauses... Ist schon wichtig. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie fertig ist. Also nicht ganz. Mittwochmorgen um halb acht. Gregor bereitet das Fleisch für den Markt im nordhessischen Baunatal vor. Auch das ist neu. Gemeinsam mit einem befreundeten Ökolandwirt haben sie einen freigewordenen Wagen übernommen und beschicken nun einige Märkte in der Region. Ein neues Standbein. Also das Konzept des Marktwagens war gedacht, dass wir uns den Marktwagen teilen im Sinne von jeder bringt halt das, was er hat, mit. Also wir hauptsächlich Rindfleisch und Hubertus hauptsächlich Schweinefleisch. Man teilt sich halt Arbeitszeit und Arbeitskraft, die man einsetzt dafür. Und am Ende sollte man halt Geld verdienen, damit logisch auch alles. Und für uns war es ja gedacht, da wir ja bisher noch ins Sauerland fahren, wo wir natürlich gerne hinfahren, aber um da halt im Prinzip langfristig halt von den vielen Kilometern wegzukommen, dass wir uns hier jetzt gemeinsam einen Markt aufbauen. Doch der Traum vom Marktstand in Nordhessen ist nach kurzer Zeit schon ausgeträumt. Gregor öffnet den Wagen heute in Baunatal zum letzten Mal. Der befreundete Landwirt möchte das gemeinsame Projekt abbrechen. Zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Früher wurde in dem Wagen konventionell hergestelltes Fleisch verkauft. Mit der Übernahme änderte sich das. Bio heißt oft auch höhere Preise. Für einige Kunden war das wohl abschreckend. Natürlich bin ich traurig, weil selbst wenn man das nur drei, vier Monate macht, hat man ja schon irgendwie ein paar Kunden, die man sehr gerne mag und mit denen man halt sich schon nett unterhalten hat. Für die Waren von Franziska und Gregor allein ist der Wagen zu groß. Und mit ihrem kleinen Stand fährt Franziska an den Markttagen immer noch ins Sauerland. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Gregor hätte dem Versuch gerne noch länger Zeit gegeben. Dann ein Zettelchen. Über das Ende informiert er heute alle Kunden mit einem Zettel. Er mag nicht gern drüber reden. Aber ganz umsonst war der Versuch mit dem Marktwagen nicht. Denn Gregor hat Koch Max Pilgrim kennengelernt. Und der holt heute Fleisch ab. Was ich habe, sind viereinhalb Kilo Roastbeef. Und das ist eher Jungrind als Kalb, aber das ist eher eine Frage. Also ich habe die Flanksteaks gemacht, die waren super zart. Das wird damit auch gehen. Rindfleisch, das Max jetzt für ein gemeinsames Projekt vorbereiten muss, das die beiden ausgetüftelt haben. Heute Abend soll die Premiere sein. Das war der Max. Max ist gelernter Koch und Gartenlandschaftsbauer. Den habe ich hier auf dem Wochenmarkt kennengelernt. Der hat nämlich mit mir zusammen hier drei Monate auf dem Marktstand gestanden. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, ob er einen kulinarischen Abend mit uns machen will. Und natürlich hat er ja gesagt. Ein kulinarischer Abend ist der Versuch, in Gilsa Gastronomie zu etablieren, die nicht täglich stattfindet, sondern halt einfach als Event halt immer einmal im Monat stattfindet. Wenige Stunden später ist es dann soweit. Im Landcafé werden die Gäste erwartet. Heute haben sich vor allem Freunde und Bekannte angemeldet. Es ist wie mit den Brötchen. Außenstehende sind wohl erstmal skeptisch. Aber die Menschen, die sie mögen, kommen gern und unterstützen. Jetzt kommt der Gruß aus der Küche. Nicht angekündigt. Das ist dein Sauerteig-Baguette mit Wildkräuterbutter. Ihr dürft euch das gerne teilen. An diesem besonderen Abend helfen alle mit. Auch Gregors Tochter Frieda. Was sind noch für Saftschorren, Frieda? Also Apfelsaftschorle, Johannisbeerschorle. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Das ist noch nicht Apfel. Ich merke es so, einfach so Leute zu bedienen. Und es macht Spaß. So wäre es fertig. Max hat ein Drei-Gänge-Menü für den Abend geplant. Eine Küchenhilfe hat er nicht dabei. Kannst du die Teller da aus dem Ofen holen? Handtuch weiß sehr bestimmt. Den Job übernehmen Franziska und Gregor heute nach ihrem ganz normalen Arbeitstag. So, Gregor, gehst du mal in die Gemüsepfanne? Gekocht wird regional und saisonal mit Fleisch vom Hof. Und Gregors liebevollen Einsatz an der Gemüsepfanne. So, kommst du mit dem Gemüse bitte? Jetzt! Das ist doch scheißegal. Scheiß auf den Pilz. Da essen auf dem Teller. Beim Anrichten wird es dann doch etwas stressig. Denn die Gäste sollen ja möglichst gleichzeitig ihr Essen bekommen. Trotz der nicht professionellen Küchenhilfen. Bis jetzt hat sich noch keiner verbrannt oder es gestolpert oder so. Insofern gut. Ein kulinarischer Abend für knapp 20 Gäste. 50 Euro zahlen die pro Nase für das Menü inklusive Getränke. Kosten für Koch, Lebensmittel, viel Eigenleistung. Lohnt sich das? Es geht ja nicht nur ums Geldverdienen in dieser Welt. Es geht ja darum, dass Max sein Geld kriegt, dass die Lebensmittel bezahlt sind. Aber es geht halt auch darum, den Ortskern zu beleben und halt was anderes zu machen. Man kann ja jetzt auch sagen, das ist unsere Freizeit. Oder wir könnten diese Zeit, die wir jetzt halt hier gerade im Café verbringen heute Abend, auch damit verbringen, uns irgendwie ins Bett zu legen und einen Film zu gucken. Das ist zwar auch ganz nett, aber dadurch haben wir ja nichts gewonnen. Da sage ich ja morgen nicht zu Gregor, Mensch, das war aber ein schöner Abend gestern. Also Rosamunde Pecher war. Das gibt es ja auch. Aber es ist ja der Mix. Es lebt halt einfach von der Vielfalt. Und ich finde es halt auf jeden Fall total schön, einfach mit Menschen zusammenzukommen und einfach auch mal was anderes zu erleben, was anderes zu hören. Und da investiere ich halt einfach gerne meine Zeit rein. Außerdem ist es lecker. Ja. In diesem Fall. Heiß! Und auch Koch Max macht das Arbeiten in dem familiären Rahmen Spaß. Ein besonderes Konzept. Ja, das ist super, das Konzept. Also heute eine Gaststätte zu führen, ist ja nicht ganz so einfach. Und festes Personal zu haben und so und dann so ein bisschen flexibel das Ganze zu halten. Macht total Sinn. Kann man trotzdem quasi einen, sagen wir mal, Restaurantabend erleben, ohne das Ganze drumherum und die Personalkosten tragen zu müssen. Und zwischendurch haben Franziska und Gregor sogar Zeit, in Ruhe mitzuessen und eine kleine Pause zu machen. Ein Konzept für die Zukunft? Schmeckt's denn? Schmeckt ganz hervorragend. Warum lachst du? Wieso? Wir wollen das jetzt häufiger machen, oder? Mhm. Warum? Weil's gut schmeckt. Ja. Im Dorf wird gefeiert. Großes Backhausfest. Gregor und Franziska können aber nicht dabei sein. Heute kommt der Schafscherer. Seine Termine können sie sich nicht aussuchen. Die Arbeit geht vor. Im Anhänger warten zehn Schafe auf ihren Friseurtermin. Viel Wolle kommt da nicht bei rum, die sie verkaufen könnten. Aber dieses Jahr ist alles anders. Es gibt Pläne für den Schafspelz. Nur der Schafscherer lässt auf sich warten. Immer nur noch der Schafscherer, der fehlt. Na ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ach, kannst du mich nicht mit der Platte blenden? Wenn der in diesem Jahr tatsächlich mal verarbeitet wird, weil die letzten Jahre ist es da irgendwie nicht zugekommen. Genau. Und jetzt haben wir ja Mona, die gerne mit Wolle arbeitet. Und deshalb kann der dann hier auf dem Hof zu was ganz Schönem werden. Jacken. Jacken. Für den Winter. Für die Schafe. Für die Schafe. Guck mal, da ist er. Hallo. Hallo. Schön. Schafscherer Kevin Arnold hat sich auf Schafhalter mit kleinen Herden spezialisiert. Ein Besuch bei Franziska und Gregor wäre für viele andere Scherer nicht rentabel. Zu wenige Tiere. Kevin organisiert sich seine Termine so, dass er möglichst viele kleine Betriebe an einem Tag erreicht. Er schert. Franziska betreibt Klauenpflege. Und die Schafe sorgen für Entertainment. Vorsicht, 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 Vorsicht. Komm her, komm. Ein Schaf ist entwischt und macht sich auf. Richtung Backhausfest. Sieh, ich der Woll. Alles gut. Nein, lass den. Du nimmst sie. Ja, kann erlaufen. Kann erlaufen. Schaf auf dem Backhausfest. Ja, aber das wäre dann eins gewesen, das hätte man in zehn Jahren noch erzählt. Weißen doch, damals, 23, als das Schaf auf dem Backhausfest war. Heute will kein Schaf mehr feiern gehen. Die Tiere haben Kraft. Aber aus Kevins geübtem Griff können sie nicht so leicht entwischen. Für die Tiere kann die Schuhe schnell schmerzhaft werden, wenn Laien das probieren. Bei Kevin wird kein Schaf verletzt. Er liebt seinen Job und die Arbeit auf den kleinen Höfen. Weil ich unglaublich viel Dankbarkeit bekomme von den kleinen Haltern, weil es unfassbar schwer ist, jemanden zu finden. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es sehr, sehr anstrengend, wenn man das selber machen möchte und keine Erfahrung hat. Also das, was so leicht aussieht oder verhältnismäßig leicht aussieht, in zwei bis fünf Minuten ein Schaf scheren, wenn man keine Erfahrung hat, ist eine halbe Stunde ein guter Wert und die Stunde eher so die Regel. Hohe Schaf! Mehrere Tage hätten Gregor und Franziska also für die Schuhe gebraucht. Jetzt sind die Tiere nach einer guten Stunde ihren Pelz los. Dafür schwitzen die drei Friseure. Prost! Meine erfolgreiche Schuhe. Das ist immer so. Wenn irgendwas schief läuft, unterm Strich ist, hat alles gut geklappt. Für Kevin Arnold war das heute die letzte Schuhe. Feierabend auf dem Hof von Gregor und Franziska. Für ihn ist das immer besonders schön. Das ist unglaublich familiär. Letztes Jahr haben wir hier noch Kuchen gegessen vorher. Heute bekomme ich noch ein Stück Kuchen und ich darf duschen. Duschen darf Kevin in der Wohnung von Franziskas verstorbenem Opa. Hier hatte sie eigentlich mal Ferienwohnungen als Einnahmequelle geplant. Jetzt wohnt Mona rechts im unsanierten Teil und Kevin kann nebenan im fertigen Gästezimmer duschen. Das hatte Franziska auch schon mal an Gäste vermietet. Die waren aber nicht so zufrieden. Ein einfacher Standard ist ja schon, dass es überall WLAN geben muss und möglichst viele Steckdosen, damit auch alle Handys und Computer geladen werden können und am besten noch einen Fernseher. Es sind halt einfach total viele Sachen, die mir manchmal im Alltag, da bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv, die mir einfach gar nicht so auffallen, weil es mir persönlich nicht so wichtig ist. Und deshalb weiß ich noch gar nicht so richtig, ob wir wirklich ganz groß Ferienwohnungen vermieten wollen und das ganz offiziell machen wollen oder ob es einfach nur darum geht, dass Leute, die uns kennenlernen wollen, hier vorbeikommen können oder Freunde und Bekannte halt einfach jederzeit hier auch ein Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen können. Franziska und die Immobilien. Ein besonderes Thema. Am liebsten würde sie jedes leerstehende Haus in Gilsa retten und sinnvoll nutzen. Das hier hat sie vor fünf Jahren gekauft und wollte mal selbst einziehen. Was sich dann aber im Inneren an Schäden auftat und die notwendige Sanierung, war für sie doch eine Nummer zu groß. Jetzt hat ihre Freundin Henrike das Haus gekauft, gemeinsam mit ihrem Mann Patrick. Sie wollen das Projekt angehen und auch nach Gilsa ziehen. Heute gibt es die große Hausführung für Franziska. Henrike und Patrick zeigen ihr, was sie schon geschafft haben, seit sie das Haus übernommen haben. Wände und Decken freigelegt, alten Fußboden entfernt, schon viele Arbeitsstunden in das Haus gesteckt. Sie müssen hier wirklich alles neu machen. Franziska kann sich jetzt ganz entspannt die Fortschritte im Haus anschauen und den einen oder anderen Schatz entdecken. Das Landwirtschaftliche Wochenblatt, das enthält wichtige Informationen, Pflanzenschutzmahnung bis Ende Mai. Das werde ich jetzt mal hier entwenden. Freut sich der Gregor bestimmt. Bis Patrick und Henrike hier einziehen können, wird es wohl noch etwas dauern. Also ich muss auch wirklich sagen, hier, das war nicht mein Highlight, das habe ich aufgegeben mit der Decke. Da habe ich gesagt, das muss Patrick jetzt machen. Als Franziska ihnen das Haus anbot, haben die beiden auch nicht sofort Ja gesagt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so, wie wenn man sich verliebt. Man hat ganz viel Zeit und guckt in Ruhe und so weiter und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und dann war uns klar, dass es das Haus ist, wo wir jetzt ganz viel rein investieren möchten. Und das ist definitiv kein Wochenprojekt. Das ist uns bewusst. Aber aktuell macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, in was rein zu investieren, wo man weiß, dass es einem selbst gehört. Und naja, und man sieht ja auch das Schaffen drumherum, was einen einfach motiviert, dass das Dorf aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, lebendiger wird. Und ob wir hierher gekommen wären oder wollen, wenn die beiden nicht da wären, ich denke, es wäre ein Punkt, den man überdenken müsste, klar. Also in der Nachbarschaft einer sehr guten Freundin zu wohnen und auch einem sehr guten Freund zu wohnen, das ist natürlich ein ganz großer Pluspunkt. Das kann sich gar keiner vorstellen, wie froh ich bin. Ja, natürlich. Ich freue mich erstens total darüber, dass die das gemacht haben und finde es einfach großartig hier zu sehen, wie schnell es auch vorangeht und was die für Fortschritte machen. Und was die alles gerade schaffen, was wir halt in den ganzen fünf Jahren oder wie lange auch immer wir hier irgendwie zugegen waren, wie wir es nicht geschafft haben. Und irgendwie war es für uns halt scheinbar auch nicht das richtige Haus. Also jetzt mit dem Gasthaus, also das ist irgendwie unser Projekt, das merke ich einfach, das ist unser Projekt. Und ich freue mich einfach, dass jemand anderes das hier zu seinem Projekt machen kann. Ob ich was bewege, weiß ich nicht, aber es bewegt sich auf jeden Fall um mich herum ganz schön viel. Bei der Bewegung hilft auch eine Genossenschaft, mit der Franziska und Gregor zusammenarbeiten. Die Bioboden kauft Höfe und Flächen für den ökologischen Landbau auf und verpachtet sie dann günstig an Ökobauern. Jetzt ist direkt hinter dem Grundstück der beiden ein Hof frei geworden, mit Wohnungen, Stallungen und Land. Die Bioboden hat alles gekauft. Die Flächen werden Gregor und Franziska für ihren Landbau pachten. Eine Wohnung und den Stall mietet Mona. Es ist halt einfach eine Gelegenheit gewesen, direkt bei uns am Grundstück Platz zu schaffen für andere Menschen. Und Mona ist ja schon mal da. Mona braucht ein Zuhause. Und das ist ein schönes Zuhause. Und Wohnungen zwei und drei sind noch zu vergeben. Mal gucken, wer sie so findet. Mona kann jetzt so richtig ankommen in Gilsa. Ihre ersten Wollworkshops hat sie auch schon gegeben. Wolle kämmen, spinnen, filzen und weiterverarbeiten. Drei Frauen sind heute in den Garten des Landcafés gekommen. Noch keine große Gruppe. Antje Geierl ist die Chorleiterin der Gilsaer Krähen und über das Café auf den Workshop aufmerksam geworden. Heute kann sie schon die Wolle von Franziskas Schafen spinnen. Wolle, also die ist warm und weich und das beruhigt ungemein. Also es ist was ganz Wunderbares. Für Mona gab es allerdings kürzlich ein bitteres Zusammentreffen. Sie lernte ihre künftigen Nachbarn kennen. Eine Situation, die sie an ihren Plänen in Gilsa und den Umzug in das neue Haus zweifeln ließ. Ich war bei dem Haus und habe meiner Schwester voller Freude zeigen wollen, wo ich mal einziehen werde mit den Tieren. Und da hat er mich angesprochen und hat gesagt, dass er das überhaupt nicht will. Keine Tiere, da waren 30 Jahre keine Tiere. Er will jetzt da auch keine. Da würden sie sich gegen wehren, auch andere Nachbarn. Und das war eine sehr unangenehme Situation. Ja, fand ich sehr unfreundlich und habe auch erst im ersten Moment gedacht, okay, das mache ich nicht. Ich ziehe nirgendwo hin, wo der Nachbar mich nicht haben will. Und dann hat aber der Gregor und die Franziska, die haben mich eigentlich beruhigt und mir auch klar gemacht, dass wir natürlich da sein können. Das Gefühl, jemanden im Rücken zu haben, der dann einfach, dass man nicht alleine da steht, das macht mich zuversichtlich, dass ich das auch hinkriegen werde. Einfach wird es nicht, das weiß Franziska von ihren eigenen Tieren. Umso schöner, das erste Tuch, das aus der Wolle ihrer Schafe entsteht und ihre ersten Versuche am Spinnrad. Ja, super. Vor allem ohne mein Zutun. Ich kann mich halt einfach dazusetzen und halt auch machen. So habe ich mir das vorgestellt, ja. Ihre Vision vom bunten Leben in Gilsa nimmt Form an. Und es wird noch bunter. Im großen Saal des alten Gasthauses von Gregor und Franziska gibt es einen Tanzkurs. Discofox, Tango und Walzer. Zu Gast ist eine große Gruppe von Wandergesellinnen und Gesellen. Sehr zur Freude aller Gilsaeraner. Als ich gestern den Bierwagen geholt habe, hat man nur die Vorhänge wackelt. Der große Schock sitzt tief im letzten Jahr, aber sie gehen ja ganz schnell wieder. Im letzten Jahr hatten 40 Wandergesellinnen und Gesellen in Gilsa für Aufsehen gesorgt. Für drei Wochen waren sie auf dem Hof, haben unter anderem die Treppe am Saal erneuert, eine Bar in den Garten gebaut, wilde Partys gefeiert und das Dach repariert. Auch Tischlerin Leuka war dabei. Sie ist begeisterte Tänzerin. Die führende Person kann auch nicht nur hier wegschuppen, sondern auch an der Hand, die unter der Achse ist ziehen. Und hatte die Idee für den Kurs. Ich habe hier angerufen und gefragt, hey, können wir das machen? Und da war die Antwort, ja, wir haben schon darauf gewartet, dass es früher passiert. Also, ja, ich glaube, die freuen sich auch, wenn wir hier sind. Wir bringen Leben rein. Und wir haben auch Franziska und Gregor lieb und ich würde sie inzwischen auch Freunde nennen. Ich glaube, das geht den beiden nicht anders. Dadurch, dass wir hier mitgearbeitet haben, ist es für uns alle irgendwie ein Herzensprojekt geworden. Und es ist natürlich cool, dann wiederzukommen und zu sehen, es geht weiter, es passiert was. Die Bühne ist jetzt untermauert, es gibt irgendwie den, der Garten hat sich erweitert mit dem Blumenbeet oder halt auch mitzukriegen, wie es jetzt weitergeht. Nach sechs Polizeieinsätzen im Vorjahr bleibt das Treffen der Wandergesellinnen und Gesellen in diesem Jahr ruhig. Und die nächste Veranstaltung steht vor der Tür. Oh, ist der heiß, ey. Ein Solargrill. Übermorgen soll das Hoffest stattfinden und Gregor braucht einen extra großen Grill für extra großes Grillgut. Gregor will immer einen Ochsen grillen, ich will ja einfach immer nur Bratwurst machen. Damit ein Tier sein Leben halt einem sinnvollen Ende zugeführt wird. Also, dass man dem halt 16 Stunden Aufmerksamkeit widmet. Bei einer Bratwurst bist du nach zehn Minuten fertig. Ich finde, so ein Tier im Mittelpunkt eines Hoffestes macht schon Sinn. Der Drehgrill mit Fahrradantrieb ist eine Spezialanfertigung für die beiden. Ein Wandergeselle hat ihn gebaut. Ebenfalls speziell für die beiden angefertigt, diese Treppe für den Saal. Damit der Chor beim Fest elegant auf die Bühne schreiten kann. Schreinermeister Scherb aus dem Dorf hat sie gebaut. Er gehört zu den Menschen, die Franziska und Gregor hier im Dorf aufgenommen haben und unterstützen. Das ist halt einfach im Laufe des Jahres ja so geworden, dass wir gesagt haben, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist ja jetzt einfach, wir sind jetzt hier, wir bleiben hier. Das ist ja neu. Haben halt gemerkt, also der Ort selber ist toll. Das, was hier möglich ist und was auf uns zukommt, was uns zugetragen wird. Die Menschen, die uns halt hier empfangen haben und die uns direkt in die Community aufgenommen haben, sind halt einfach da. Also wir gehören halt plötzlich dazu und das war vorher halt nicht so. Da waren wir irgendwie auf unserer kleinen Insel. Und jetzt sind wir so mittendrin. Wir sind das mittendrin. Nur die Tiere werden in Zukunft nicht mehr mittendrin leben. Nach vielem Hin und Her haben sich Franziska und Gregor dazu entschieden, doch einen Stall außerhalb zu bauen. Dorthin sollen die Rinder und Schweine umziehen. Auch wenn das etwas ist, was wir uns eigentlich halt nicht vorstellen konnten. Also außerhalb zu bauen, außerhalb Fläche zu versiegeln. Ja, nicht alles irgendwie direkt vor Ort zu haben. Ja, und dafür haben wir uns jetzt einfach entschieden und das machen wir jetzt so. Und Gregor hört auf, die Hofbörsen zu durchforsten. Und wir gucken uns keine Kuhstelle mehr im Vogelsbergkreis an und fokussieren uns jetzt halt einfach mal hier drauf. Und das ist, glaube ich, so der Durchbruch. Und dann ist der Tag des Hoffests gekommen. Deutlich mehr Nachbarn lassen sich dieses Jahr bei der Feier blicken. Und auch der erste Auftritt des Chors läuft. Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Und bis wir uns wiedersehen, Friede über dich und jedes Land. Diese Chorgründung ist halt schon ein echtes Highlight. Also es war ja eher Gregors Projekt, aber jetzt hier beim Hoffest zu stehen und so einen Auftritt hinzulegen, der allen Leuten so Spaß macht, ist schon echt sehr cool. Genau, und das ist halt einfach, es geht halt immer weiter. Es kommen irgendwie neue Sachen dazu, wir kommen hier halt an. Und ja, es ist einfach toll, was hier so alles möglich ist. Einziges Sorgenkind an diesem Tag, Gregors Herzensprojekt, der Ochse. Er ist nicht ganz gar, beziehungsweise teilweise auch, trotz 20 Stunden Radeln, Holz nachlegen. Aber jetzt sind alle da und das ist schön. Schöne Stände, nette Menschen. Und Gregor wäre nicht Gregor, wenn er nicht auch das Ochsenproblem löst. Das Fleisch kommt einfach in die Pfanne. Das Hoffest ist ein voller Erfolg. Viele Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region zeigen Handgemachtes. Mittendrin auch Mona mit ihrer Wolle. Mit ihrem Stand erreicht sie heute einige Menschen, die an den Workshops interessiert sind. Sie wird in Gilsa bleiben und ist glücklich mit ihrer Entscheidung. Weil sich das so entwickelt, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass das Menschen sind, die hier zusammen was auf die Beine stellen. Raum für Kreativität, was ich ja persönlich ganz wichtig finde. Raum für die Tiere, die sich hier sehr wohlfühlen. Und dann kam der Gregor so freudestrahlend auf mich zu und sagt, weißt du eigentlich, wie schön das ist, dass du hier bist, Mona? Und das war so, wo ich dachte, dass einem das mal jemand sagt, das ist schön, dass man sich das gegenseitig auch sagen kann. Ich kann das auch den beiden sagen oder auch den anderen Menschen, die hier sind, dass ich gerne hier bin. Der Hof mitten im Ort wird immer mehr ein Platz für Möglichkeiten. Antje Geier hat nicht nur die Chorleitung übernommen, sondern sich über Monas Workshops auch in die Arbeit mit Wolle verliebt. Hier entsteht gerade was. Und das ist total schön. Ein Ort, wo man sich treffen kann, wo man unheimlich viele nette Leute trifft, wo man neue Dinge lernen kann und einfach so die Seele baumeln lassen kann. Gemeinsam mit Mona will sie in dem neuen alten Haus eine Akademie für Handwerk gründen. Und Franziska? Die hat eine ganz besondere Überraschung für die Zukunft des Hofs. Da kommt ein kleiner, neuer Hof mit Verona. Weil Gilsa muss ja auch wachsen, man muss sich auch am Leben erhalten. Oh, ja. Oh, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir.